Das ist Herr Sonnenschein. Herr Sonnenschein hat einen Installationsbetrieb, der auf Photovoltaikanlagen spezialisiert ist. Als Conergy-Kunde kann er auf die vielfältigen Unterstützungsmöglichkeiten zurückgreifen, die Conergy bietet. Zum Beispiel bei der Planung und Bestellung. Familie Fröhlich spielt mit dem Gedanken, sich eine Photovoltaikanlage auf ihrem Dach installieren zu lassen. Aber wirft der Schaukelbaum von Tochter Lisa nicht zu viel Schatten aufs Dach? Gut, dass Herr Sonnenschein auf die individuellen Wünsche seiner Kunden eingehen und eine maßgeschneiderte Anlage planen kann. Die komplette Planung der Anlage macht Herr Sonnenschein mit dem online basierten Planungstool Conergyzer. In der grafischen Planungsansicht kann Herr Sonnenschein die Verschattung des Modulfelds durch Hindernisse auf dem Dach sowie durch entfernte Hindernisse simulieren. Herr Sonnenschein berechnet noch das gewünschte Gestellsystem und den passenden Wechselrichter, ergänzt weiteres Zubehör und erhält eine vollständige Stückliste. Schnell und einfach hat Herr Sonnenschein mit dem Conergyzer für Familie Fröhlich ein maßgeschneidertes Angebot mit sämtlichen Planungsdokumenten erstellt. Natürlich mit seinem eigenen Logo. Die mit dem Conergyzer durchgeführte Wirtschaftlichkeitsberechnung überzeugt Herrn Fröhlich. Er kann es kaum erwarten, seinen eigenen Strom zu produzieren. Auch Lisa freut sich. Ihr Schaukelbaum stört Papas Anlage nicht. Herr Fröhlich möchte seine Anlage so schnell wie möglich in Betrieb nehmen. Gut, dass der Conergy Online-Shop rund um die Uhr geöffnet hat. Mit einem Mausklick überträgt Herr Sonnenschein die Stückliste aus dem Conergyzer in den Warenkorb. Dort hat Herr Sonnenschein den Überblick über Verfügbarkeiten und Preise und kann problemlos Artikel und Stückzahlen anpassen. Hochwertiges Zubehör für Installation und Betrieb der Anlage kann er gleich mitbestellen. Er wählt den von Herrn Fröhlich gewünschten Liefertermin aus und adressiert die Lieferung direkt zur Baustelle. Im Handumdrehen ist die Bestellung abgeschickt. Um alles weitere kümmert sich Conergy. Und Herr Sonnenschein kann entspannt Feierabend machen. Mithilfe der Sendungsverfolgung kann Herr Sonnenschein immer nachvollziehen, wo sich die Ware gerade befindet. Bis zum Eintreffen auf der Baustelle. Wie praktisch, dass Herr Sonnenschein die benötigten Transportgeräte im Conergy Online-Shop gleich mitbestellen konnte. Ein toller Service, der auch bei den Monteuren gut ankommt. Mit den Planungsdokumenten aus dem Conergyizer kann die Installation schnell und fachgerecht durchgeführt werden. Herr Fröhlich ist begeistert von der neuen Anlage und von der professionellen Betreuung. Und Lisa freut sich, dass sie weiter schaukeln kann. Lieferung des Indult�ungsverfolg es ja werte ist Tag eine weitere Sch Sophia Faustel澄 83 pleast ウered4 cis bis zum Eintreffen Hazrat Selbst LS